Wenn Sie denken, Reinigen und Staubsaugen ist lästige Arbeit, dann machen Sie sich bereit. Werden Sie Ihren Staubsauger los und ändern Sie die Art, sauber zu machen für immer. Wir präsentieren den brandneuen, revolutionären Invictus X7 von Genius. Das innovative Reinigungssystem für jeden Schmutz. Drinnen und draußen mit unschlagbarer Power und der Freiheit, jederzeit und überall zu reinigen. Komplett ohne Kabel und ohne Saugverlust. Nie wieder schwere, lästige Staubsauger schleppen und hinterherziehen, denn Invictus wiegt weniger als 2 Kilo. Für einfachstes Saugen mit nur einer Hand. Nie wieder Möbel verrücken oder beschädigen mit Ihrem Staubsauger, denn Invictus ist so flach designt, er passt unter einfach alles. Und die 5 LED-Lichter zeigen Ihnen Schmutz, von dem Sie nicht einmal wissen, dass er da ist. Mit extremer Beweglichkeit gleitet Invictus von einer Oberfläche zur nächsten, von Hartboden auf hohen Teppich, problemlos. Und wenn es um Power geht, nichts schlägt Invictus. Mit seinem bürstenlosen digitalen Hochleistungsmotor arbeitet er mit zweieinhalbmal mehr Power als andere Staubsauger. Durch seine 80.000 Umdrehungen pro Minute. Genug Power, um diesen 20-Liter-Kanister zu zerquetschen. In Sekunden. Wahnsinn. Dieser Teppich ist voll mit Erde und Schmutz. Nur der Invictus schafft es tiefsitzenden Schmutz zu entfernen, wo andere Staubsauger versagen. Und nichts ist auf Hartböden besser als Invictus. Andere Staubsauger hinterlassen Rückstände sogar nach zwei Zügen. Aber mit der Power und dem Ultrasoft-Bürstenkopf saugen und polieren Sie gleichzeitig. Nichts bleibt liegen. Nachzieh-Staubsauger bringen nicht genug Saugkraft direkt auf die Oberfläche. Aber Invictus hat eine motorisierte Bürstenrolle, die einen tornadischen Wirbel erzeugt. Schmutz wird erst aufgewirbelt und anschließend restlos eingesaugt. Er entfernt 99,9% der Staubpartikel, Allergene und andere Schadstoffe aus der Luft und hält sie im Staubbehälter gefangen. Verschwenden Sie kein Geld für konventionelle Staubsauger, Besen, Staubwedelwischer und Reinigungsmittel. Denn mit Invictus reinigen Sie Ihr komplettes Zuhause mit einem beeindruckenden System. Wenn Zubehör oder Filter schmutzig sind, einfach klar abspülen oder in die Spülmaschine geben. Der Invictus enthält einen durchsehbaren, integrierten Staubbehälter für einfachstes Schmutz entfernen ohne Berührung. Das 3-Stufen-HEPA-zertifizierte Filtersystem für Luft, Staub und Allergene, das die Luft in Ihrem Zuhause reinigt und Sie frischer hinterlässt als vor dem Saugen. Sie bekommen den langlebigen, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku-Plus-Ladegerät und Saugrohr mit motorisierter Elektrobürste für all Ihre Teppiche, Fliesen, PVC und Hartböden. Das Set enthält die Fugendüse für kleinste Ecken und Nischen. Entfernen Sie hochsitzende Spinnweben, Schmutz und Wollmäuse aus schwer zugänglichen Ritzen und Spalten. Sie bekommen die 2-in-1 Kombibürste mit speziellen Borsten für empfindliche Oberflächen. Nehmen Sie den Bürstenaufsatz ab und reinigen Sie mit der Kraft des Invictus Lampenschirme und sogar Vorhänge. Sie erhalten die stabile, flache Wandhalterung zum Aufhängen und gleichzeitigen Laden Ihres tragbaren Invictus-Reinigungssystems. Das Set enthält außerdem die Mini-Elektrobürste mit motorisiertem Bürstenantrieb, perfekt zum Entfernen von Tierhaaren, Staub und Allergenen aus Ihren Polstermöbeln. Ergänzen Sie Ihren Invictus mit dem Staubset. Es beinhaltet die Extra-Soft-Staubbürste für empfindliche Oberflächen, den flexiblen Verlängerungsschlauch für Ecken und Nischen, die flexible Fugendüse für schmale Ritzen und Spalten und den Winkeladapter für hohe, schwer erreichbare Stellen. Holen Sie sich dazu die motorisierte Elektrobürste mit der Ultra-Soft-Bürstenrolle zum Entfernen von feinem Staub und Partikeln. Damit ist es unglaublich einfach, feinsten Schmutz vom Boden oder anderen Oberflächen aufzusaugen. Sie ist für jeden Boden perfekt geeignet. Vervollständigen Sie Ihren Invictus mit der Aufbewahrungsstation mit Ladefunktion. So können Sie Ihren Invictus immer in die Station zurückstellen, wo Sie ihn verstauen und laden. Er ist immer bereit, wenn Sie es sind. Holen Sie sich für Ihren Invictus zusätzlich weitere Original-Invictus-Akkus für noch mehr Flexibilität. Der langlebige Lithium-Ionen-Akku mit Sony-Zellen ist austauschbar und wiederaufladbar. So ist Ihr Invictus immer bereit, wenn Sie es sind. Zusätzlich können Sie ihn überall hin mitnehmen und jederzeit unterwegs einsetzen. Der Original-Invictus X7 von Genius. Schnappen Sie sich Ihren jetzt!